Herzlich Willkommen zurück beim Game Over. Und das Spiel hat gepackt. Hier gibt es ja so viele Grafikfehler im Spiel. Ok, ich stehe wieder hier. Ich werde das Level noch wenigstens durchziehen. Wahrscheinlich werde ich jetzt so abgelenkt, weil da noch so ein Stein hinter mir war. So ein scheiß Felsen. Und nochmal speichern. Und lass mich raten, da kommt jetzt dieser Typ. So viel weiß ich. Der uns kalt machen wird. Ja, ich seh den schon. Komero Sau. So, jetzt kommt so eine Zwischensequenz. Tja, jetzt haben Sie meine holle Auflangsamkeit. Aber ob ich auch ihre habe? Hallo? Warns ab, wenn ich dich in die Finger kriege. Natürlich. Du und das dämliche Stück vom Skion. Wenn du's unbedingt behalten willst, stopf ich's dir in deinen verdammten. Moment, sprechen wir gerade über das Abfang. Darauf kannst du Gift nehmen. Moment, tut mir leid. Sie sagten ein Stück. Wo ist dann der Rest? Miss Nadler hat Kian die Born darauf angesetzt. Und was tut er danach? Den erwisst du nie. Sie meinen also, das Gerät hier hängt dich nur auf? Äh, keine Ahnung, wo seine Korrupta Luft war, die ihn gebracht haben. Da muss... äh, müssen Sie Miss Nadler fragen. Danke. Das will ich tun. Das Grab von Qualopec. Ich habe das jetzt extra lauter gemacht, weil man sonst nichts so gut hören könnte. Ja, dann machen wir noch ein bisschen her. Ja. Da. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind schwindelig von solchen Möglichkeiten, die so dicht an meinem sterblichen Sächt liegen. Jede Nacht geißle ich mich, um mir die Vorstellung auszutreiben, aber es ist wahrlich eine schwere Prüfung. Okay, das war das Video zu der nächsten Episode hier. Okay, ich wollte kurz Soundcheck machen. So, jetzt gibt es hier neue Gegner. Und die halten schon einiges mehr aus hier. So. So. An dieses Level kann ich mich auch noch gut erinnern. Ich muss den Stein entweder nach oben auf das Zeichen oder unten. Ok, ich glaube ich habe es schon richtig gemacht. Na ja, ist klar, Schimpansen. Nein? Aha, zwei sind da auch noch. Jess. Mein Fuß schläft gerade ein, weil ich gerade im Schneidersitz sitze. So. Da ja nicht noch an was. Ja, jetzt du. Klar. Und den werden wir öfter mal sehen. Ist er jetzt weg? Ja, der ist weg. Ja, der wird ein hartnäckiger Gegner. So. Ach quatsch, ich musste nämlich hoch. Irgendwie. Die. Mein Magen hat es aber auch heute. Nee, noch einer. Ja. 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 So, noch da liegt was. Wir haben ein großes Medipack. So, noch da liegt. So, noch da liegt was. Ach so, okay. Wie kam ich da jetzt noch mal weiter? Aber ich will erstmal in die eine Lücke da rein. So. So. Ja, die Stelle kenne ich. Wie ging das noch mal? Ja, ist es denn wahr? Warte mal. Fast. Nein, du sollst nach vorne springen. Hallo? Das war doch gar nicht so schwer hier. Das gibt's doch nicht. Ne, das war wieder zu früh glaube ich mal. Mann! Das gibt's doch nicht. Hä, ich hab das doch schon mal hingekriegt. Sodass ich auf diese Plattform komme. Ja, jetzt bin ich zu spät abgesprungen. Man sieht's. Ja, komm, dann lass. Was? So. Anderes Problem. Wie komme ich jetzt noch mal durch diese Tür? Nein. Du sollst den Stein schieben. Ja, dann ziehen halt. Ja, dann ziehen wir das. Hä? Also irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Ach, den habe ich noch nicht aufgemacht. Ach, du kannst da oben bleiben. Du störst mich nicht. Dann sprengen wir nochmal so. Und dann so. So, Stopp. Und so. Jetzt kommen wir auch durch diese Tür. Oh, ja. Oh. 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 Na toll. Äh, Krokodil. Ich hasse euch. Wo ist Haus da? Aha. Da ist doch wieder was. Aber leider nur für die Schrotflinte. Die ich irgendwie gar nicht benutzen will. Hau ab, du Sau. Jetzt kann ich euch killen. Hier. Komm her, du Sau. Nur eins? Scheint so. So. Beim nächsten Mal mache ich hier weiter. Aber wir hören uns noch kurz diese Musik hier an. Aber ich sage euch trotzdem schon mal. Danke an meinen Freund, der wieder zugeschaut hat. Und ich hoffe, ihr habt auch bisher Spaß an dem Projekt. Ich werde jetzt zum anderen Spiel wechseln. Zum Nebenprojekt. Castlevania 4. Ich hoffe, ihr seid auch weiterhin dabei. Und dann würde ich auch sagen. Ciao, ciao. 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 Ciao.